Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zum Nikolaus Special. Wir hatten ja heute schon den sechsten Teil der ESP Home Tutorial Serie. Für alle, die dieses Video verpasst haben, schaut mal oben in die Infobox. Da verlinke ich euch die Serie nochmal. Aber darum soll es in diesem Video gar nicht gehen, sondern ich habe noch etwas Besonderes für euch und zwar die Tonuino All-in-One-Platine. Tonuino wird den ein oder anderen ja noch ein Begriff sein. Dazu habe ich damals schon mal ein Tutorial-Video gemacht, allerdings zur Vorgänger-Platine und zwar war das eine Do-it-yourself-Variante. Das Video dazu verlinke ich auch nochmal oben in der Infobox für alle, die es nicht gesehen haben. Da erkläre ich Schritt für Schritt, wie man das Tonuino-System aufsetzt, wie man alles verlöten kann, einrichten muss und und und, um letzten Endes den fertigen Tonuino-Player zu erstellen. Aber worum geht es jetzt für alle, die nicht wissen, wovon ich rede? Der Tonuino ist ein MP3-Player gezielt für Kinder und zwar handelt es sich dabei um einen MP3-Player, wo ihr eure Medien auf einer SD-Karte platzieren könnt, völlig egal, ob es Hörbücher sind, ob es Musik ist oder was auch immer ihr möchtet und diese könnt ihr dann mit solchen RFID-Tags abspielen. Heißt, ihr könnt eure RFID-Tags programmieren und sagen, das hier ist zum Beispiel Benjamin Dreamchen Folge 23 und wenn er diese Karte auf den Tonuino-Player legt, dann spielt er eben genau diese Folge. Das hier ist so ein RFID-Take-Reader, heißt, da legt er dann die Karte drauf und er spielt ab. Wie schon gesagt, bisher musste man das Ganze noch größtenteils selber zusammenlöten, selber zusammenbauen und selber Software draufspielen. Mit dem Software draufspielen ist geblieben, aber die ganze Lötarbeit, die könnt ihr euch jetzt sparen. Und hier seht ihr auch sämtliche zur Verfügung stehende Platinen, die ihr auf leiterkartenpiraten.de erwerben könnt. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an und vorab schon mal erwähnt, am Ende des Videos möchte ich alle drei Sets unter euch verlosen. Also bleibt gespannt, bleibt dran und wir legen jetzt hier auch direkt los. Bevor wir jetzt aber mit dem Video loslegen, noch einen Punkt in eigener Sache und zwar, wie ihr hier seht, mein neuer Merch ist da und dieses Design könnt ihr jetzt hier unten im Shop erwerben. Sei es auf einem Pulli oder auch auf einem T-Shirt. Farben sind natürlich wie immer frei wählbar. Dann gibt es das Ganze noch mal hier so auf einer Tasse und alternativ auch noch mal auf einem Untersetzer und natürlich auch noch auf vielen, vielen anderen Produkten. Schaut gerne einfach mal rein. Und für alle, denen das Design hier zu sehr aufträgt, die sagen, ja, ich habe es lieber etwas schlichter. Das Feedback kam von unserem Discord. Da habe ich hier auch noch mal so ein Outline-Design. Da könnt ihr auch gerne mal einen Blick drauf werfen. Das ist nicht für alle Produkte verfügbar, denn auf weiß funktioniert dieses Layout eben nicht so gut. Aber schaut einfach mal rein. Vielleicht ist was für euch dabei. Vielen, vielen Dank für euren Support und wir machen jetzt direkt weiter mit dem Video. Ja, ich habe jetzt mal alle doppelten Teile weggeräumt. Das ist übrig geblieben und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was leiterkartenpiraten.de mir hier geschickt hat und da würde ich sagen, starten wir direkt mit der All-in-One-Platine. Das hier ist das Herzstück des Ganzen und hier sind wirklich alle Bauteile bis auf der RFID-Reader und die Tasten so weit schon vorinstalliert. Heißt, ihr habt mit nichts mehr irgendwas zu tun. Ihr schließt nur noch eure Tasten an, steckt die SD-Karte rein, Lautsprecher dran und es kann eigentlich schon losgehen. Ihr seht, hier unten haben wir den SD-Laser, wir haben hier noch einen Audio-Ausgang, hier den USB für die Stromversorgung und noch einige Steckverbinder. Als Erweiterung zu dem All-in-One-Board gibt es hier diese Plug-and-Play-Platine mit fünf Tasten und zwar für Play und Stopp, für nächste Lied, für vorherige Lied und laut und leise. Diese Platine ist wie gesagt, Plug-and-Play heißt anschließen und sie funktioniert, ohne dass ihr dafür noch irgendetwas Besonderes tun müsst. Ihr müsst sie natürlich anschließen. Alternativ zu diesen fünf Tasten gibt es auch noch dieses Tasten-Board. Hier habt ihr zwölf Tasten, also einen 9er Block und hier oben noch mal drei für Play, Pause und laut und leise. Dieses Board ist nicht ganz Plug-and-Play. Hier müsstet ihr die Firmware entsprechend anpassen, also ein bisschen Arduino-Programmierung vornehmen, die Software danach dann entsprechend flashen und hättet dann die Möglichkeit, auch dieses Board zu verwenden. Dieses Board hat hier auf der Unterseite den gleichen Anschluss, wie die fünf Tasten-Platine heißt. Auch die könnt ihr ohne zu löten einfach anschließen. Hier müsstet ihr euch nur entsprechend um die Software noch selber kümmern. So, und wer lieber ein eigenes Gehäuse haben möchte mit größeren Tasten, für den kommen eventuell diese Art von Arcade-Tasten hier, die man so kennt, in Frage. Und diese haben auf der Unterseite in der Regel so zwei Kontaktstifte und auch diese Variante ist von leiterkartenpiraten.de bei dem Tonino inzwischen berücksichtigt. Und zwar wird dazu so ein Adapterkabel mitgeliefert und hier diese Kabelschuhe, die passen wunderbar hier unten sofort einfach auf die Pins von den Tasten drauf und fertig und ihr könnt direkt loslegen. Unterstützt werden hier fünf von diesen Arcade-Tastern heißt, das Ganze ist dann wieder Plug-and-Play. Damit ihr diesen Stecker aber anschließen könnt, denn ihr seht schon, dieser Stecker ist größer als der kleine weiße. Dafür gibt es dann hier diese Adapter-Platine. Das heißt, hier kommt unser Kabel mit dem weißen Stecker dran und hier oben dann entsprechend die Kabel zu unseren Tastern. Kommen wir nun noch zum Thema Gehäuse. Ich weiß, viele von euch haben einen 3D-Drucker und sagen jetzt, ja super, kann ich mir eben kurz designen und drucken und fertig. Aber viele haben eben auch keinen 3D-Drucker oder eben keine Lust extra noch was dafür zu designen. Und auch das ist von leiterkartenpiraten.de berücksichtigt. Nehmt einfach irgendeinen beliebigen Karton, schneidet ein entsprechend großes Rechteck aus und dann gibt es, wie man das auch vom PC hinten für die Mainboards kennt, so eine Blende. Diese schraubt ihr dann von außen in euer Gehäuse ein und seid eigentlich fertig. Denn hier auf der Innenseite könnt ihr eure Platine einfach reinstecken. Ich zeige euch das mal. Wir nehmen einfach so die Platine, können die jetzt hier in der vorgefertigten Vorrichtung einfach einmal einstecken, von hier mit zwei Schrauben verschrauben und dann habt ihr alle notwendigen Anschlüsse hier im Zugriff. Die Platine wird dann wunderhäuse festgehalten, tadellos. Und alle diese Teile findet ihr auf leiterkartenpiraten.de. Link findet ihr dazu auch noch mal unten in der Videobeschreibung. Ja, das sind erstmal alle mir zur Verfügung gestellten Bauteile gewesen und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Wir stecken das Ganze mal eben kurz noch zusammen. Hier kommt das große Kabel oder das breite Kabel drauf. Ich nehme jetzt mal die Plug-and-Play Variante mit den fünf Tasten. So, die Tasten sind schon mal angeschlossen. Dann nehmen wir uns noch das kleine Kabel, schließen auch dieses hier auf dem Board an und dieser Anschluss in der Mitte, der ist für unseren RFID Laser. Den habe ich jetzt mal hier und ja, ihr seht, das passt so nicht. Aber dieses Teil habe ich euch eben noch unterschlagen, denn an dem Adapter für unsere Arcade-Taster, da befindet sich noch ein weiterer Adapter und zwar dieser und der ist für unseren Kartenleser. Hierbei müsst ihr jetzt noch mal die PIN-Belegung überprüfen. In dem Fall gehört der Kartenleser also so rum an diese Adapterplatte und dann können wir jetzt hier einfach noch unseren kleinen Stecker anschließen und damit ist unser Tonino eigentlich fast schon einsatzbereit. Jetzt müssten wir an dieses Kabel theoretisch noch einen Lautsprecher anschließen. Den würden wir dann hier oben in der Ecke anklemmen und könnten loslegen. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt schon die SD-Karte vorbereitet, die MP3s mit Hörbüchern, Musik oder was auch immer schon bespielt entsprechend und diese hier in den Tonino eingelegt. Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen, denn ich wollte ja gar kein Tutorial machen, sondern euch eigentlich nur mal die ganzen Bauteile hier vorstellen, was es da inzwischen alles Neues gibt bezüglich Tonino. Aber eine Sache möchte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Und zwar haben die Jungs von Leiterkartenpiraten.de noch eine Sache ganz, ganz wesentlich verbessert, denn ihr müsst nicht nur nicht mehr löten für dieses Projekt, sondern ihr braucht noch nicht mal mehr die Arduino Software. Denn es ist inzwischen so, dass ihr die Software sogar über euren Browser auf diese Platine flashen könnt. Viele von euch kennen das Ganze schon von ESPHome. Da läuft ja auch gerade bei mir die Tutorial-Serie zu. Alle, die das noch nicht mitbekommen haben und da mal einen Blick riskieren wollen, schaut mal oben in die Infobox. Da verlinke ich auch noch mal die Playlist zum aktuellen Tutorial. 24 Folgen im Dezember als Video-Adventskalender. Schaut gerne mal rein. Aber ich würde sagen, wir wechseln jetzt direkt mal runter ins Büro und schauen uns jetzt noch den Flash-Vorgang über den Browser vom Tonino einmal an. So, hier seht ihr jetzt die Homepage von Leiterkartenpiraten.de. Auf der Startseite auch ganz groß direkt die Tonino All-in-One Platine, die wir uns gerade schon angesehen haben. Darunter findet ihr noch die Tonino Classic. Die kennt ihr ja aus dem letzten Video. Hier sehen wir auch noch mal zum Beispiel das Tonino Buttonboard mit den fünf Buttons. Und wenn wir jetzt einmal zum Beispiel auf die All-in-One Platine gehen, dann seht ihr hier jetzt einmal das Basisset. Und dann seht ihr jetzt hier im oberen Bereich die beiden Anschlusskabel, den Adapter, das Kabel für die Lautsprecher und natürlich die All-in-One Platine. Wenn wir weiter runter scrollen, seht ihr hier auch noch mal eine kurze Beschreibung. Und was hier auch noch mal zu erwähnen ist, diese Platine wird optimal von der Tonino Open Source Firmware unterstützt. Aber sie ist nicht auf diese beschränkt. Heißt, ihr könnt hier diesen Controller komplett individuell programmieren, wenn ihr möchtet. In den Details seht ihr auch noch mal ein paar technische Daten. Einmal Abmaßungen 8 x 7 cm. Verbaut ist ein Arduino-kompatibler Mikrocontroller. Der MP3-Chip mit 3 Watt Monoverstärker plus dem eben schon gezeigten MicroSD-Kartenslot. Was ich auch noch nicht erwähnt habe, verbaut ist ebenfalls eine Ladeelektronik für einen Lifepo-Akku. Und dieser ist sogar umstellbar auf einen Lipo-Akku mit tiefen Entladungsschutz. Die ganze Platine ist aufwegbar über den Play-Button und per Software wieder abschaltbar. Und den Kopfhöreranschluss und den USB-C-Anschluss haben wir ja schon gesehen. Noch weiter unten bekommt ihr noch als Download eine bemaßte Zeichnung und eine STL-Datei. Und hier finden wir ebenfalls noch einige Anleitungen zu dem Projekt. Wenn ihr die Software für die Platine selber schreiben wollt, dann interessiert euch zum Beispiel die Anleitung einen neuen Sketch für die All-in-One-Platine erstellen. Hier findet ihr noch einmal alle Informationen zu den Pin-Belegungen, die Basic-Setup-Methode und wie ihr eure Platine abschalten könnt. Alles weitere müsst ihr dann in der Arduino-Software selber schreiben. Dann gibt es ja auch noch mal eine Anleitung, wie die Arduino IDE einzurichten ist. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Wir schauen uns jetzt mal noch den Tonowino All-in-One Quick-Start Guide an. In diesem Quick-Start Guide findet ihr zu Beginn erst mal eine Explosionszeichnung, wo ihr noch mal seht, wie hier was anzuschließen ist. Darauf folgen die wichtigsten Informationen zu den ganzen einzelnen Bauteilen. Und was uns jetzt interessiert, ist der Punkt Tonowino-Firmware. Und hier seht ihr, die offizielle Firmware vom Tonowino-Projekt kann ganz einfach über dem Browser installiert werden. Befolge dazu einfach die fünf Schritte im Tonowino-Online-Firmware-Updater. Dort findest du auch die noch benötigten Sprachdateien zum Download, welche auf die SD-Karte kopiert werden müssen. Und das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt noch eben an. Ich gehe also mal auf den Link Tonowino All-in-One Online-Firmware-Updater. Und hier seht ihr jetzt die Anleitung, was wir zum Firmware-Update tun müssen. Ihr seht Tonowino All-in-One Firmware-Updater benötigt einen aktuellen Google Chrome oder Chromium. Ich verwende Google Chrome, insofern passt das. Schließe die Tonowino All-in-One Platine an deinen Computer an. Das habe ich schon getan. Also meine Tonowino-Platine hängt jetzt bei mir am USB-Anschluss, verbunden mit einem normalen USB-C-Kabel. Und jetzt steht hier, halte die Play-Pause-Taste gedrückt und klicke auf Firmware-Update starten. Ich halte jetzt also die Taste gedrückt und eine LED geht an und die LED in der Mitte der Platine fängt an zu blinken. Also klicke ich jetzt auf Firmware-Update starten, bekomme jetzt hier einen COM-Anschluss zur Auswahl angezeigt und wähle Verbinden. Wir sehen, das Update wird gestartet. Ich habe meinen Finger immer noch auf der Play-Taste. Firmware-Update starten sagt Don. Also kann ich jetzt meinen Finger loslassen. Und jetzt sind vier LEDs auf der Platine aktiv. Und das war es eigentlich auch schon. Mein Tonowino ist somit einsatzbereit. Hier seht ihr nochmal, dass wir die Sprachdateien für die SD-Karte herunterladen können. Da haben wir also hier einen Link, den wähle ich mal aus. Und hier sehen wir, bekommen wir eine ZIP-Datei mit zwei Verzeichnissen. In diesen Verzeichnissen befinden sich diverse MP3s mit den entsprechenden Audio-Dateien. Starten wir einmal die Arduino-Software, um das Ganze noch einmal zu prüfen. Und wenn wir jetzt hier mal den seriellen Monitor aufmachen und ich einmal die Play-Taste drücke, dann seht ihr hier Tonowino Version 2.2. Also unsere Tonowino-Software ist nun auf der Platine vorhanden. Ihr seht hier auch nochmal Play-Shortcut, da ich gerade die Play-Taste gedrückt habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal sage, vorheriger Track, dann meldet er hier auch Previous Track. Also unser Firmware-Update oder unser Flaschen der Firmware hat funktioniert. Ja, soviel erstmal zum Tonowino All-in-One-Board. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir wie immer gerne unten in den Kommentaren oder schaut gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck, ESP Home und 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 diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Wird mich freuen, den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu können. Bevor ich jetzt aber das Video beende, einen Punkt haben wir noch offen. Denn ich habe euch versprochen, drei von diesen Tonowino All-in-One-Sets möchte ich an euch verlosen und das machen wir natürlich noch. Ich würde sagen, das Gewinnspiel lassen wir laufen bis zum 12.12. Ihr habt also eine Woche Zeit, unter diesem Video einen Kommentar zu schreiben und damit seid ihr automatisch im Gewinnspiel drin. Ich werde dann per Zufallsgenerator drei glückliche Gewinner ziehen lassen und diese dann über die Kommentarfunktion unter diesem Video kontaktieren. Achtet also darauf, dass eure Benachrichtigungen entsprechend aktiv sind, dass ihr auch mitkriegt. Wenn ich auf euren Kommentar antworte im Falle eines Gewinns, denn nach einer Woche ohne Reaktion werde ich die Ziehung wiederholen. Alle weiteren Teilnahmebedingungen findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, das soll es dann an der Stelle mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das kleine Nikolaus-Special gefallen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr meine Arbeit mit einem Daumen hoch belohnen würdet. Abonniert gerne auch direkt den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Hier auf dem Kanal geht es morgen direkt mit der ESPHome-Tutorial-Serie weiter. Ich hoffe, euch da wiederzusehen und verabschiede mich bis dahin und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!